Neues Boolean-Jam-Video. Gucken wir noch zum Abschluss. Wir sind ein Greenscreen. Es ist wieder Zeit, eine finale Form anzu... Hat der weich Nackt da drunter? Ja, das ist 100%, aber beim anderen Video reicht es nicht. Reicht das nicht so eigentlich? Nee. Schneid ja eigentlich eh hier nur ab. Nee. Oh, ich hab eine Nackungssperre. Sieht man mich hier? Wunderbar. Ja? Sieht man mich? Kann man diese Teppich-Textur nicht jetzt über das Grün legen und man sieht mich gar nicht mehr? Cool, danke. Ey, das T-Shirt ist so dick. Danke. Nicht kaputt machen, Thomas. Du musst hier unten, du musst hier zuziehen. Ja, ich ziehe ja zu. Es geht einfach kein bisschen zu. Das kann nicht sein, dass du so weit drin bist. Es geht einfach kein bisschen zu. Mach es doch einfach zu. Willst du jetzt selber ziehen und dann merken, dass es nicht geht? Das geht nicht. Boah, der ist sehr eng für L. Sehr gut. Perfekt. Timo. Aber jetzt kommen wir zu einem Video, das sich viele von euch gewünscht haben. Nämlich hat jemand mein HID-Workouts gemacht. Das ist absolut krass. Also da können sich viele eine Scheibe abschneiden. Ich bin heute nicht alleine. Das sieht so alienmäßig aus, wie die beiden da stehen. Als würden die von irgendeinem anderen Planeten kommen. Ohne Scheiß, Alter. Wir sind erwachsene Menschen. Ja. Thomas hat Fotos rausgesucht. Das ist Thomas. Hallo Thomas. Hi. Sehr weird hier mit euch beiden. Sehr weird. Das war... So, was geht ab? Ich würde schon... Ich wäre auf so einen Goku drauf. Kami. Haa. Mir gefällt das. Wir haben jetzt wieder diverse Fotos. Das sieht so lustig jetzt schon aus. Wenn wir jetzt Leben schenken werden. Ist das richtig? Ich habe aber auch die Macht, dass ich mit dir machen kann, was ich möchte. Du wirst gerade geboren. Achso. Lass deine Geburt nachstellen. Boah, Eugen. Waschallah. Lass mich einmal spiegeln. Genau so ist der. In Real Life auch. Echt? Ja. Nein. Ich habe sie richtig hart von hinten genommen. Ich will auch mal Eugen sein. Eugen ist so... Eugen ist so ein bisschen... Der redet schon ein bisschen härter so. Ja, was, Bruder? Oh mein Gott, so sieht es richtig schlimm aus. Riecht dir so breit aus. Oh shit. Das sieht richtig gut aus. Eugen. Oh mein Gott, Alter. Liebst du mich? Boah, weißt du, was ich jetzt machen können, weil wir zu zweit sind? Ich meinte Explosivo. Wird mal auch, aber entgegengesetzt. Das ist so weird. Das ist voll hypnotisch. Das bin ich. Oh, süß. Kennst du Finn Kliemann? Ja, es sagt mir was, aber ich... Aber das ist er nicht. Kennst du Finn Kliemann? So, ist das ein Kompliment? Du wärst echt ein hübscher Mann. Wenn ihr fände, dass ich ein hübscher Guy wäre, dann schreibt es gerne in die Kommentare, meine Freunde. Wenn du ein hübscher Guy wärst, wärst du bestimmt eine hübsche Frau auch. Ja, ich stelle mir das auch gerade so vor. Ich als Mutter mit Duma haben. Oh mein Gott. Ich bin auch noch da. Sei Duma ich. Boah, wäre ich schön. Ja, ich bin Julian und ich gewinne ganz viele Preise. Und ich bin eigentlich auch was viel Besseres als überhaupt irgendwer. Das ist richtig. Wie macht Hennung? Ich wär so ein Deprihund. Oh, Falko, du bist mein größter Schatz. Ich lieb dich mehr als alles andere. Hey, dann kennst du ihn hier. Oh, wie geht's dir da drüben? Aber gut, das ist jetzt... Das verstößt jetzt nicht gegen die Twitch-Richtlinien. Und dann reden wir über alles. Weil man sieht keinen Nippel. Und wir machen das Cash. Du kriegst gerade deine Beförderung. Ich bin aber nicht in die Achsel. Wir machen das Cash. Sehr guter Joke mit Nippel los. Strong, strong, strong. Kann man einige Jokes mitmachen. Du kriegst gerade deine Beförderung. Ich bin aber nicht in die Achsel. Willst du Julia sein? Nein, du bist Joey. Joey kennst du besser. Ja, aber es sieht bestimmt richtig... Ich glaube, ich sehe richtig fesch aus seinem Gesicht. Ich kann nicht mehr, Papa. Ich bin müde. Ich habe noch nicht für die Schule gelernt, Papa. Aber ich kann nicht diesen TikTok erst drehen. Girl, reiß dich zusammen. Oh mein Gott. Wie bist du bitte schön aus meiner Gebärmutter rausgekommen? Alter, Juskopf ist viel zu groß. Ist doch viel zu groß. Mama. Oh, shit. Seitdem du da bist, kann ich nicht mehr sitzen. Dein Vater fasst mich nicht mehr an. Immer größer. Ich bin Julian. Ich bin Show. Die ist wirklich schön, ne? Wisst ihr was? Ich wollte euch echt extrem böse nehmen. Next Level Event mit Marvin. Ju war auch da. Meine Schminke war übel verschmiert. Keiner sagt es mir. Julia, nach sechs Stunden Event sieht immer noch perfekt aus. Und ich sah aus wie ein A**er. Und keiner hat es mir gesagt. Ähm, ich hab dir gesagt, dass du kacke ausziehst. Jeden Tag aber. Soll ich dir sagen, dass du mein Zettel steht? Ja, was denn? Okay, soll ich einen Witz vorstellen? Sie nennt Julia einfach Julia. Warte, ich gucke selber. Okay, da steht drauf. Gülden geht die Sonne auf. Silber will ich hinfliegen. Frisch gebumst steht Julian auf. Rezo bleibt noch liegen. Wo kam? Ist richtig, ist richtig. Komm der denn jetzt her? Darf ich die Katze sein? Ja. Komm her, ey. In meinen Armen. Was ist mein Emp... Würdest du eine Katze kaufen, die so aussieht, war sie? Ja, definitiv. Würdest du einen Menschen kaufen, der so aussieht? Das ist doch einfach Joey, oder nicht? Das ist doch einfach ein Bild von Joey. Offen ja, aber ich würde nicht mit ihm zusammen sein wollen. Also das ist doch literally, literally ein Thumbnail von Joey, oder nicht? Also jetzt das, der Ausdruck. Ich würde nicht mit ihm zusammen sein wollen. Next Bild, wen haben wir noch hier? Warte, ich habe eine Idee, wie wir das machen. Schau dir mal das hier an. Perfectly synchron. Wie ist das denn so seriöser TikTok-Star zu sein? Also wir antworten immer synchron. Also es ist schon sehr anstrengend, aber wir geben unser Bestes. Wir machen immer die angrivelsten Trends. Hey, du kannst ja nicht meine Exis, Alter, das sieht so schrecklich aus. Ob ich dein Sack sein, der viel zu groß ist, weil du im Lockdown nicht raus durfst. Welches Jahr haben wir? Ey, Freund, kannst du mal wieder ein bisschen Druck ablassen? Ich werde immer größer. Ja, okay. Nein, ich platze ja, du musst Druck ablassen, Mann. Ich muss eigentlich kleiner werden. Ich hoffe, das wäre dein Körper. Ja, das ist mein Körper. Das müssen wir einmal nachstellen. Dann kann jeder reinschreiben, was er möchte. Zeig mal dein Gesicht. Okay, okay, ich weiß, wie das ist. Wenn ich meinen Furz unter der Decke inhalte, ja, warte. You used to call me, oh my friend. Safe. Ich bin der Dicke. Hallo, Leute, ich bin's. Oh, Mann, ich bin verdick geworden. Mir ist so heiß. Ich muss meinen Oberkörper die ganze Zeit... Oh, der zieht sich echt oft aus, ne? Sehr erhabenes Bild. Ich stelle mich... Oh, wir haben Nippel gesehen. Wir haben keinen Nippel gesehen, meine ich. Nein, haben wir nicht gesehen, haben wir nicht gesehen. Ich bin nur Besucher. Warte, warte, warte. Das passt perfekt. Warte, 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 ich wüsste nicht da um die Lachen. Warte. Da vorne bist du im Museum. Witsch. Jetzt ich, jetzt ich, weg. Oh, megaloll. Oder einfach nur so, guckst du hin? Nie, was? Weiß ich auch nicht, Chad. Weiß ich auch nicht. Eigentlich wüsste ich... Mama, das Bild hat geguckt gerade. Nein, du bist dumm. Oh, das ist aber ein schönes Bild. Wie heißen die auf YouTube? Das ist Gnu und Julian Bam. Oh. Hör mal nur dem Bart. Kann das jemand bitte einmal so zeichnen? Einfach cursed! Da alle mal hier rein! Kappa! Guck mal, du bist jetzt ein ausgestopftes Tier an der Wand und kannst gar nicht reden. So, Girls und Boys, mein neuer Ice-Tee ist da und der schmeckt hervorragend, Alter. So reden sie nicht. Liebe Chew Riddles, ich hab neun Tee auf den Ball gebracht, Dirty, und diesmal mit einer sehr nicen Überraschung. Heute die Schlaganfall-Version mit einer kleinen Überraschung, wenn man die Alufolie abzieht. Creepy as fuck. Fass mich an! Rühr mich! Rühr mich! Rühr mich! Währenddessen in einer weit entfernten Galaxie... Hol mich hier raus! Hol mich hier raus! Du bist so am Bett und du musst nur so tun, als würdest du so trauern. Aber ich kann doch auch der Hoden sein, der abgefallen ist, ihm wieder ran gehen muss. Du bist kein Hoden. Ich will aber Hoden sein. Du warst oft genug. Mit meinem letzten Atemzug sag ich nur eins. Komm, auf die Insel. Ich vererbe dir rein gar nichts. Simons letzte Worte wären... Investiert in Dogecoin. Kameramann ist doch grad da, der Kameramann ist da. Du musst meine Schädel viel klarer machen. Komm mir nicht so nah! Geh mal ein bisschen zu. Das ist doch ein schönes Abschlussbild. Ja, schön ist relativ, ne? Wir wünschen euch allen drei ganz viel Glück. Guck mal, wir gehen jetzt auf Twitch TV. Wer ist denn... Ach, der Rewi macht, der streamt. Der hat da Pause, der Junge. Wie bewegt sich wirklich wenig? Der ist den ganzen... Oh, Digga! Oh, Digga! Oh, Digga! Ich mach gar nicht Pause! Wir sind in Deutschland. Ja, sauwe, das Video, das er noch Facebook hat, find ich saustrange. Irgendwie ganz komischer Typ. Ja, das ist Rewi, einfach Facebook hat. Das ist so weird. Also, Rewi mag ich an sich eher weniger so, aber ich glaube, da bin ich ja nicht die einzige Person hier auf Twitch. So, jetzt größe, mach die größe, mach die größe! Oh, so. Ich bin die Mautz! Wiii! Wiii! Pock aus! Boah, das wird schwierig. Wir müssen halt essen, ne? Imagine, Bro, 12.000 Leute gucken uns ruhig wie wir essen. Hey, wir sind so glänztiviert einfach. Ich werde einmal einen Happen jetzt hinbekommen. Oh mein Gott, Alter! Stångs, Digga! Oh, Pock aus! Schmaaaackt! Oh mein Gott! So, machen wir die Abmoderation. Gnu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sehr, sehr stronges Video. Lass deinen Daumen nach oben da. Und schreibt in die Kommentare, was man als nächstes für lustige Dinge tun könnte. Ach, die müssen das nicht machen. Ihr seid wunderbare Nippels. So, das war doch gut. Das auch nochmal rüber zu bringen, dass denen einfach bewusst ist, wer sie sind und warum das so wertvoll ist. Finde ich grundsätzlich wichtig, das einfach klar zu machen.